Guten Abend, ich freue mich, dass du hier bist und dass du mit dieser entspannenden Meditation schlafen gehen möchtest. In dieser Meditation werde ich dich auf eine wunderschöne Traumreise mitnehmen, in welcher du auf einem kleinen Boot ganz gemütlich den Fluss hinunterrudern und sanft einschlafen kannst, während du die süßen Tiere und die schöne Natur beobachtest. Wenn du noch nicht im Bett liegst, dann kannst du dich jetzt schon mal hinlegen. Mache es dir ganz bequem, kuschel dich ein und bewege dich so lange hin und her, bis es dir wirklich rundum bequem ist. Du kannst dich natürlich auch jederzeit während der Meditation noch bewegen und es dir in einer anderen Position bequem machen. Die Hauptsache ist, dass es dir immer bequem ist, damit du ganz entspannt einschlafen kannst. Lass uns zunächst einmal deinen Atem beobachten. Der Atem ist etwas ganz Wunderbares, denn die frische Luft, die du einatmest, versorgt deinen Körper, all deine Organe mit Sauerstoff. Der Atem kann deinen Körper auch ganz automatisch beruhigen. Wenn du nämlich ganz tief, so wie es dir angenehm und das ganz leicht für dich ist, bis in den Bauch einatmest und dann langsam und gelassen wieder ausatmest, dann bekommt dein Körper ein Signal, dass er sich entspannen kann. So entspannen sich dann deine Muskeln und du wirst ganz locker und immer ruhiger. Das ist ein tolles Gefühl. Lass es uns gleich mal gemeinsam probieren. Wenn du das Gefühl hast, dass dein Körper sich noch zwischendurch bewegen möchte, dann mach das ruhig und versuche einfach mit jeder Einatmung Entspannung einzuatmen und mit jeder Ausatmung die Tag- und Wachsein-Energie aus deinem Körper fließen zu lassen. So kann dein Körper sich immer mehr entspannen. Sobald du jetzt soweit bist, atme tief ein bis in deinen Bauch hinein. Vielleicht bemerkst du, wie dein Bauch sich beim Einatmen leicht hebt und beim Ausatmen wieder senkt. Du kannst dir vorstellen, dass dein Bauch wie ein Ballon ist, wie ein Luftballon, den du mit neuer und frischer Luft füllen kannst. Und wenn du dann ausatmest, lässt du die alte Luft langsam wieder raus. Spürst du, wie schön es ist, so tief einzuatmen? Bemerkst du schon jetzt, wie viel ruhiger du mit jedem Atemzug wirst? Wenn deine Augen noch offen sind, dann bemerke jetzt, wie deine Augenlider immer schwerer und schwerer werden, bis deine Augen sich ganz automatisch schließen. Bemerke einmal, wie bequem es in deinem Bett ist und wie wohl du dich hier fühlst. Bemerke, wie dein Körper immer angenehm schwerer wird und tief in dein Bett sinkt. Wenn du abgelenkt wirst, dann denke einfach für einen Moment an deinen Luftballon. Atme tief ein, fülle ihn auf und dann atme langsam und gelassen die alte Luft wieder aus. Dein Gesicht ist entspannt. Deine Lippen sind ganz locker. Deine Arme liegen bequem auf deinem Bett und deine Finger sind ganz entspannt. Dein Bauch hebt und senkt sich ganz gelassen. Deine Beine liegen ganz ruhig auf deinem Bett. Du bist jetzt rundum entspannt und bereit dazu, auf die wunderschöne Traumreise zu gehen. Stell dir vor, dein Bett kann sich jetzt auf magische Weise in ein kleines Boot verwandeln. Es ist ein sicheres Boot und du fühlst dich in deinem kleinen Boot rundum wohl, ruhig und entspannt. Stell dir jetzt vor, dein Boot schwimmt aus deinem Zimmer und einen ruhigen kleinen Fluss hinunter. Überall um dich herum kannst du wunderschöne Pflanzen sehen und das beruhigende Plätschern des Wassers hören. Es ist Nacht, aber der Mond scheint ein sanftes Licht herab, sodass du den Fluss und die Landschaft links und rechts von dir gut sehen kannst. Jetzt bemerkst du kleine Glühwürmchen, die fröhlich am Ufer umherfliegen. Schau mal genauer hin und erkenne, wie die kleinen Lichter hin und her fliegen. Ganz gelassen ruderst du dein Boot nun weiter den Fluss hinunter. Nun kannst du eine leise Stimme sanft singen hören. Es ist eine kleine Fee. Sie fliegt um dich herum. Guten Abend. Schön, dass du hier bist. Hier auf diesem Boot kannst du es dir ganz bequem machen und jederzeit in einen tiefen Schlaf fallen. Ich passe auf dich auf, während du schläfst und verteile meinen Feenstaub über dir. Schau her. Bemerkst du, wie entspannend das ist? Während du schläfst, beschützt dich mein Feenstaub und er unterstützt deinen Körper, während der Nacht wieder neue Energie zu tanken. So wachst du dann morgen erfrischt, gut gelaunt und motiviert wieder auf. Schlaf gut. Die Fee setzt sich an den Rand des Bootes und macht es sich dort gemütlich. Und nun, während du hier entspannst und langsam einschläfst, schaust du dich noch etwas um. Am Ufer kannst du einige Kaninchen sehen, die sich auf ihre Nachtruhe vorbereiten. Du beobachtest, wie die Elternkaninchen ihre Kinder ins Bett bringen. Wie süß die kleinen Kaninchen gähnen und sich wohlfühlen. Sie schließen die Augen und schlafen ein. Es ist so beruhigend, den Tieren beim Schlafen zuzusehen. Und du bemerkst, dass auch du immer angenehm müder wirst und jeden Moment einschlafen kannst. Schau dich gerne noch etwas weiter um. Vielleicht kannst du auch deine Lieblingstiere am Ufer sehen und beobachten, wie sie jetzt schlafen gehen. So, wie du dir das jetzt vorstellst, ist es genau richtig für dich. Du kannst einfach an deine Lieblingstiere denken und schon kannst du sie sehen. Schau sie dir an. Schau, wie sie es sich bequem machen. Wie sie gähnen. Ihre Augen schließen und wie sie langsam einschlafen. Hm, du bist gerade auch so müde und entspannt. Es ist so beruhigend, diesen friedlichen Fluss hinunter zu treiben. Dein Boot treibt von ganz allein und die liebe Fee kümmert sich darum, dass du sicher und geschützt hier schlafen kannst. Jegliche Gedanken oder andere Dinge, die du nun ablegen möchtest, kannst du einfach über Bord werfen. Lass sie in den Fluss sinken und weit weg von dir treiben, bis sie sich nach und nach im Wasser auflösen. Du darfst und kannst jetzt einschlafen, genauso wie all die niedlichen Tiere hier. Und wann immer du am Morgen bereit bist aufzuwachen, bringt die Fee dich in dein Schlafzimmer zurück. Dein Boot treibt dann ganz von alleine in dein Schlafzimmer und verwandelt sich wieder in dein Bett zurück. Wenn du magst, kannst du schon jetzt zurück in dein Schlafzimmer kehren, um dort die Nacht über zu schlafen. Oder du treibst mit der Fee auf deinem Boot ganz gemütlich den Fluss weiter hinunter. Und wenn du noch wach sein solltest, dann kannst du immer mal wieder an deinen Luftballon denken. Du atmest frische Luft und Entspannung ein und atmest langsam wieder aus und dein Körper entspannt sich immer mehr und mehr. Atme einfach ganz langsam in deinem eigenen Rhythmus weiter ein und aus und bemerke, wie du mit jedem Atemzug immer müder wirst. Deine Augen sind so angenehm müde, dass sie nicht einmal mehr Lust haben, sich wieder zu öffnen. Sie möchten nur einschlafen und von wunderbaren Dingen träumen. Vielleicht weißt du schon, wovon du träumen möchtest. Vielleicht möchtest du deine Lieblingstiere besuchen oder von etwas anderem schönen träumen. Du kannst dir einen schönen Traum jetzt schon mal vorstellen, wenn du magst. Während der Nacht gewinnt dein Körper viel neue Energie, sodass du morgens leicht aufwachen und einen glücklichen Tag mit all deinen Lieben verbringen kannst. Wenn du magst, kannst du noch andere niedliche Tiere beobachten oder an sie denken und wie sie jetzt am Ufer des magischen Flusses tief schlafen. Auch die Tiere brauchen eine gute Nachtruhe, damit sie morgen wieder einen großartigen Tag haben können. Du bist jetzt rundum entspannt und ich werde dich ruhen lassen. Du kannst noch weiterhin der beruhigenden Musik zuhören und den sanften Gesang der lieben Fee dabei hören. Morgen wirst du rundum ausgeruht und glücklich aufwachen. Du bist ganz sicher und gut behütet, sodass du die ganze Nacht tief durchschlafen kannst. Gute Nacht. Du bist so angenehm müde und kannst tief durch die Nacht schlafen. Es geht dir gut. Du bist rundum gesund, glücklich und zufrieden. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Du bist großartig und so geliebt. Du bist wunderbar, genauso wie Du bist. Du kannst immer gut einschlafen und ruhig durchschlafen. Am nächsten Morgen wachst Du gut gelaunt, rundum erholt und erfrischt auf. Am nächsten Mal. Es geht Dir gut. Du bist rundum gesund, glücklich und zufrieden. Am nächsten Mal. Du bist großartig und so geliebt. Du bist wunderbar, genauso wie Du bist. Du bist großartig und zufrieden. Du kannst immer gut einschlafen und ruhig durchschlafen. Am nächsten Mal. 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 Du bist großartig und so geliebt. Du bist wunderbar, genauso wie du bist. Du bist wunderbar, genauso wie du bist. Du kannst immer gut einschlafen und ruhig durchschlafen. Am nächsten Morgen wachst du gut gelaunt, rundum erholt und erfrischt auf. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020